Was machen wir denn sowas? So. Hier du alte. Ich habe drei Pokémon gefangen. Ich weiß nicht, wir sind jetzt wieder heim. Oder was? Ich muss schnell umziehen. Na, wieder her. Okay. Dann machen wir das jetzt. Weiter. Umziehen. Ja. Ach, seit Aletten habe ich an, oder was? Augenfäne. Äh... Was sind denn diese Schuhe jetzt? Ach, Forschungsschuhe. Super. Sehen soll aus. Ja. Ich habe Strohschuhe jetzt an. Bin ich noch geschützter. Ähm, das ist auch... Bin ich noch nicht? Bin ich noch nicht das? Mütze. Hi, boi. 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 Gewinnspiel ist durch. Warst du da auf K? Mike Lennox hat gewonnen. Das ist ja nicht das letzte Gewinnspiel, was hier kommt. Du kannst jetzt ruhig nochmal auf K gehen. Aber es wird da, wie gesagt, nicht das letzte sein. Nee, heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Wir sind da schon am Quatschen. Wir haben das 21 Uhr... Fünf haben wir es gemacht. ... 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 Ich hab dann... Ich hab immer... Egal, in was für einer Pokémon-Edition. Immer das Wasser-Pokémon. Jetzt immer genommen. Egal, in was für einer Edition. Oh Gott. Oh ja, keine Schuhe an. Let's go. Ich soll da Pokéballer bauen. Ja, ich weiß nicht. Feuerriegel ist so... Hm. Keine Ahnung. War nie so meins. Herstellen. Wow, 50 Stück. Ja, das ist halt... Das ist halt geil, ne? Feuergeist. Aber... Aussieht, ist was anderes, ne? Das ist das, was ich schon gesehen hab. Das ist halt geil. Claw Babe Quester Ich weiß, dass ich einen Waumpel fangen soll. Die hat, glaube ich, auch noch. Starre Lillipokodex-Eintrag. Starre Lillipokodex-Eintrag. Starre Lillipokodex-Eintrag. Starre Lillipokodex-Eintrag. So, abgeschlossen. Einmal drank. Sonst noch irgendwas? Was hier? Nicht so aus, ne? Egal. Tschüss. Verlasse das Dorf. Auf Wiedersehen. Verlasse das Dorf. Und hopp. Alles klar. So. Ach, da muss ich hin zu der Eulen. Ganz viele Bidifas fangen, ja? Okay. Schick mal hin. Ganz viele Bidifas. Schick mal hin. Mal mit dir. Range war beschissen. So, Levelaufstieg. Ich rufe. Stehen. Höch. 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 Das war's für heute. Wunderbar. So. Ich halt kämpfen, ne? Ich soll jetzt gerade beim Leanaufgaben erledigen. Loot erstmal. Okay. Lampel. Mission. Ohne entdeckt zu werden. Handwerkskiste. Danke. Mit Lauch. Da sind zwei Aprikosenbäume. Die will ich haben. Hm. Ja, ich weiß. So, wir machen mal kurz einen fliegenden Wechsel. Mal hier. Dann einmal hier. So, dann. Haben wir. Was ist da hinten? Sternstaub Glanzstein. Das ist sehr schön. Baumpel hatte ich jetzt schon einmal. War ja unten, denkst du, wollte ich fangen, ne? Ja. Ja. Wurschgeigenpamelin. Wie bist du? Ein Bidi im Wasser? Da hinten. So. So. Dann mal Tackle rein. Oh, was. Okay. Mal Tackle. Okay. Dann halt nicht. Ach, du machst noch was. Hammer. Hammer. Sehr schön. Ein Pamelin gefangen. So. Wie sind denn die Aufgaben hier von den Dings hier überhaupt? Star besiegt. Welchen Bidi ist da im Dorf erforscht? Ex-Baube, die sie gewickelt haben. Null. Äh. Das heißt. Besiegt. Besiegt. Wie? Mama. So. So. I'm gonna let's go. So. 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 Is that a minute? I. Rod. So. 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 Bis zum nächsten Mal.